SWISS SNOWBOARD GIRLS CAMP SWISS SNOWBOARD GIRLS CAMP SWISS SNOWBOARD GIRLS CAMP SWISS SNOWBOARD GIRLS CAMP Einfach nur mega! Zu sehen, wie viele Mädchen hier Voller Freude in Snowboarden I like! SWISS SNOWBOARD GIRLS CAMP Alle Jahre wieder Wir sind hier mit 12 girls in Zermatt und haben ein riesen Fest auf dem Bachelor Alle sind motiviert, die Sonne scheint perfekte Bedingungen Was findest du am leistigsten im Girls Camp? Am Abend, wenn wir Sachen zusammen machen Über die Wechselung Dass man mit den Profis Snowboard Zusammenarbeiten mit Mädchen und FAM Einheit Dass man nur mit den Girls rumkommen kann Wir haben Baking gefahren Wir haben 180 gemacht Wir haben im Park Wir haben lange Kurze Wir haben Oli Das ist es! Wir haben im Park Wir haben eine Schlagstelle Wir haben ein Das heißt, wir haben es Wir haben die Flasgen